Wenn du dir gerne die Nägel machst und diese Nail Art noch nicht getestet hast, dann machst du wirklich was falsch. Wir machen heute zusammen Marble Nails, also Stone Nail Art. Dafür kannst du erstmal deinen Nagel mit einer Milky Base grundieren. Da habe ich einfach zwei dünne Schichten aufgetragen und dann einmal ausgehärtet. Das funktioniert nur auf einer abmattierten Oberfläche. Das heißt, wir buffern jetzt entweder den Nagel an oder versiegeln ihn matt, wobei ich dir das nicht empfehlen würde, weil das am Ende wieder eine Schicht extra gibt und das macht den Nagel natürlich dicker. Danach brauchst du deine Ink Colors und die haften eben nur auf einer matten Oberfläche. Deswegen war der Step so wichtig. Ich habe hier diese drei Farben und Clear. Wofür das gut ist, das zeige ich dir nachher. Außerdem habe ich da vorne ein Schälchen mit Cleaner und eine Mischplatte. Ich gehe jetzt mit meinem Aquarellpinsel direkt in die Farbe und ziehe mir erstmal meine Hauptader. Das ist quasi der Bereich, aus dem wir nachher immer rausarbeiten. Und hier habe ich mich jetzt einfach an dieser Form hier orientiert. Ich bin also von der oberen Ecke einmal in die linke und dann nach unten. Und das habe ich jetzt mit einer Menge Cleaner erstmal verblendet. Der Unterschied zwischen dem Clear Ink Color und Cleaner ist, dass du bei Cleaner einfach großflächiger Produkt vom Nagel nimmst. Das hilft dir zum Beispiel hier jetzt bei diesem Basic Step, in dem ich jetzt erstmal nur die Farbe über dem Nagel verteilen möchte, sodass ich einen leichten Schleier habe. Das hilft dir aber später bei den Details nicht mehr. Ich fange jetzt schon mal an, mit Weiß ein bisschen zu highlighten und diese Adern so ein bisschen schärfer zu ziehen, indem ich mit der Pinselspitze einsteche oder auflege und das dann so ein bisschen nacharbeite. So kannst du nämlich scharfe Kanten erstellen. Und dann gehe ich langsam schon mit einer ganz kleinen Menge Braun rein und ziehe mir damit die Hauptader nach. Und jetzt brauche ich meinen Clear Ink Color, denn damit kann ich jetzt diese Kante hier so ein bisschen reinarbeiten und quasi aussoften. Also das Ink Color in Clear ist wie so ein kleiner Radiergummi und hilft dir dabei, die Farben ineinander zu verarbeiten, was dir eben bei den Steps mit den Detailarbeiten, die wir hier jetzt machen, hilft. Ich versuche mir jetzt hier nämlich diese Kanten nicht ganz wegzunehmen, sondern nur ein bisschen zu verblenden und den Rest Farbe, der dann noch übrig bleibt, so wie hier, ein bisschen schärfer zu ziehen, indem ich da wirklich nur ganz langsam mit dem Pinsel dran entlang gehe. Und dann sieht die Base, die wir jetzt haben, einmal so aus. Das muss jetzt wirklich gut trocknen, denn die Inkales verschmieren sonst. Und dann wird einmal versiegelt, am besten mit einem Rosé-Gloss. Ich habe hier den Porzellan White benutzt. Das ist mein absoluter Must-Have-Gloss für solche Arbeiten. Damit das Design wirklich Tiefe bekommt, buffern wir jetzt nach dem Aushärten nochmal an und highlighten noch ein bisschen. Ich habe mir hier einfach nochmal weiß über den Nagel gesetzt und dann gleich wieder denselben Step gearbeitet. Also mit Kleiner großflächig verteilt. Dann so ein paar kleine Adern scharf gezogen, damit ich hier noch so ein paar Highlights drin habe. Und dann habe ich mir mit Braun als letzten Step hier die Mitte, also den Punkt, an dem sich meine beiden Hauptadern treffen, nochmal ein bisschen dunkler gemacht. Abschließend wird nochmal versiegelt und deine Stone Nailart ist fertig. Und für mein Nailstuff, vergiss nicht uns zu folgen.